Liebe Wachtwil-Gemeinde, heute ist der große Umzugtag und habe schon vorher, nicht erst am Sonnabend, alle hier in den Stall gebracht und wie man sieht, gehen sie ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich fressen. Gut, wir können auch mal Tüten aufmachen, so kritisch ist das mit denen noch nicht, die hoffen nicht gleich raus, sie kennen ja die Kamera und auch ansonsten sind sie sehr zutraulich. Noch mal einen großen Blick, na es gibt welche, die kommen gleich ran, aber braucht ihr keine Angst zu haben, die fallen hier nicht raus. Große Erkundung. Der Stall ist etwa ein Meter mal einen Meter groß und zur Zeit sind also 13 wildfarbene bzw. goldgesprengelte, die sind jetzt anderthalb Wochen alt und wollen mal schauen, wie es in den nächsten Tagen hier weitergeht. Wie gesagt, Kommentare immer gerne erwünscht, auch Daumen nach oben, kein Problem. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.